Tabata-Training ist sehr abwechslungsreich. Dieses Video zeigt dir Übungen für den Rücken. Du stehst schulterbreit, gehst dabei leicht in die Knie, der Rücken ist leicht nach vorne gebeugt, mit einem leichten Hohlkreuz und du ziehst die Arme leicht gebeugt nach hinten. Der Oberkörper bleibt dabei immer in der gleichen Position. So trainierst du den Rücken-Strecker. Der Oberkörper ist etwas Abwechslung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im zweiten Block stellst du dich wieder Schulterbreite, die gleiche Ausgangsposition wie eben, den Rücken nach vorne gebeugt, ein leichtes Hohlkreuz Und du ziehst jetzt die Ellbogen eng am Körper vorbei Achte darauf, dass die Schulterblätter so weit wie möglich hinten zusammen gehen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Beine schulterbreit, Oberkörper nach vorne gebeugt Und jetzt ziehst du wechselseitig ein Arm nach oben Achte dabei auf die Körperspannung im Rücken Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020